Hallo, grüß euch. Mein Name ist Roland Bahr. Ich bin Chef der Firma Bahr. Wir sind ein Dachdecker Spenglerbetrieb aus Feldbach mit weiteren Standorten in Hartberg und Wolfau. Insgesamt um die 90 Mitarbeiter. Als Dachdecker und Spengler sind wir auf den Dächern unterwegs. Der Spengler arbeitet mit Metall und der Dachdecker deckt das Dach mit verschiedensten Materialien ein. Lehrlingsausbildung liegt uns sehr am Herzen. Wir wollen eine Perspektive für einen Zukunftsjob als Dachprofi geben und ich möchte euch jetzt meinen Betrieb zeigen und was wir alles so machen. Wir sind hier bei unserer Musterausstellung. Die tatsächliche Arbeit findet natürlich bei uns auf der Baustelle statt, aber hier sieht man ein paar Beispiele, wie man ein Dach eindecken kann, mit welchen Materialien. Zum Beispiel mit einer Toskana Dachplatte, das ist ein großformatiges Eindeckmaterial, ein klassischer Betondachstein oder ein Tonziegel, ein Biberschwanz-Tonziegel, wie man hier das Muster sieht, den man oft auf älteren Gebäuden auch sieht. Der Dachdecker macht aber nicht nur die Dachfläche. Wir bauen auch Dachflächenfenster mit Zubehör ein und integrieren diese in die Dachfläche. Und jetzt möchte ich euch noch gerne die Arbeit des Spenglers zeigen. Ja, wir sind hier in der Spengler-Werkstatt und ich möchte euch den René vorstellen, unseren Lehrling, der euch ein paar Dinge erklären wird. Hallo, ich bin der René, ich bin 18 Jahre alt, bin zur Zeit im vierten Lehrjahr als Dochtecker und Spengler. Das sind zwei verschiedene Berufe, deswegen habe ich vier Lehrjahre. Die Berufsschule ist in Graz und auf den Beruf gekommen bin ich in der Poli, wie der Beruf vorgestellt worden ist. Dann habe ich mich einmal zum Schnuppern beworben und dann hat mir das so gut gefallen, dass ich die Lehre ergriffen habe. Draußen auf der Baustelle gefällt mir das Arbeiten im hohen und an der frischen Luft ziemlich gut und drinnen in der Werkstatt gefällt mir das von den Blechen ziemlich gut. Das sage ich euch jetzt nicht. Und das schaut so ziemlich aus. Ja, falls Interesse besteht, dass ihr euch die zwei Berufe näher anschaut, könnt ihr euch gerne zum Schnuppern anmelden oder zu unserem Lehrlingstag kommen, der Ende Oktober stattfindet. Nähere Informationen findet ihr auf unserer Homepage. Falls ihr der Beruf auch so gut interessiert wie mir und ihr auch so hoch hinaus wollt, dann bewerft euch zum Schnuppern bei der Firma Bar. Bis zum Morgen. Untertitelung des ZDF, 2020